Wir haben keinen Schaden, oh wie toll, hinein in die Losing-Streak. Das ist ja super, fantastisch, ja. Oh ja, mein Gott, ist das toll. Moin. Wir gehen in die Welt Arena. Und ich darf mich nicht tilten lassen. So, mal machen. Shizuka First Pick. Shizuka und Gianna spielen wir jetzt. Durchgängig. Okay, let's go. Ja, Leimer und der da wieder. Ja, 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 ja. Okay, was macht man dann? Was kam als nächstes nochmal? So danach, so. Oh, der will Shizuka bauen, ne? Sonst würde der Dings da gar nicht reinpicken, würde ich sagen, oder? Oh, interessant. Ich hätte gerne... Oh, warte mal. Daphnis. Au. Ich hätte gerne eigentlich gerade Segment, muss ich sagen. Also gerade wie ich spiele, hätte ich ein Segment. Ich habe mir gedacht, mit Segment spielt sie eh nie, brauchst du nicht. Ja, jetzt hätte ich sie schon gerne. Falls der nicht schneller ist, kann auch sein, dass er schneller ist. Ja, dann hat sich der sowieso gegessen. Das ist ein Swift-Bert. Ich hätte da... Wäre im Echter... Tatsächlich... Ich muss sagen, ich wäre eher von einem Dings ausgegangen. Von einem Triple-Ref-Berde. Ich weiß nicht genau, warum. Aber ich wäre davon ausgegangen. Eher ausgegangen. Ja, Serip. Kann ich jetzt schon so machen. Aber gut. Ähm... Kingkir. Ich will auf jeden Fall den Panda. Zibala. Wir haben keinen Schaden. Wir haben keinen Schaden. Oh, wie toll. Hinein in die Losing-Streak. Das ist ja super, fantastisch, ja. Oh ja, mein Gott, ist das toll. Also wenn er mir Molong bannt, habe ich kein Dings mehr. Aber warum? Warum hat er jetzt... Äh, Dings gebannt? Der... Das... Das irritiert jetzt schon. Hm. Warum er jetzt... Warum? Ich ralle es nicht. Ist mein Raku nicht schneller? Ja. Okay, und jetzt den raus. Außer er stunt ihn jetzt. Hm. Danke für die Buffs, ey. Okay. Ich ralle es nicht. Also... Was hat er gebannt gehabt? Wer hat er gebannt? Zibala. Ja, okay. Wenn sie nicht auf Wille sind. Gut, dann kannst du Zibala bannen. Was pickt der die, ey? Ah! Na ja, jetzt hätte ich gerne her, ne? Hm. Ja, das ist ein Rip. Ich glaube, der weiß, was er macht. Der hat so schnell gepickt, der weiß, was er macht. Da bin ich mir relativ sicher. Ich weiß nicht, ob er immer nur dasselbe spielt. Das kann auch sein. Ja, gut. Das ist ein G-Spieler. Ein G-Spieler. Hey, Stunt. Hey. Äh, Kill. Hm. Na, wir resetten jetzt schon mal. Ich weiß, ich muss auf den Bälzebub aufpassen. Die Stars. Ja, ja. Kriegen wir einen Qualzern auf den vielleicht? Kriegen wir sogar. Kriegen wir auch Blivien auf den? Kriegen wir sogar. Hm. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Muss ich sagen. Und er kriegt einen Proc. Klar. Damit das jetzt wieder weg ist. Hm. So, wer stirbt? Chong-Pong. Chong-Pong stirbt. Ähm. Chong-Pong stirbt. Hm. Den will ich erst gesagt gar nicht töten gerade. Ah. Da ist er ja wieder. Blödes Frettchen. Oh mein Gott. Hör mal auf zu procken. Kack. Frettchen. Oh Gott. Wenn ich auch solche LD-Net-Force hätte. Das wäre so ein Traum. Habe ich die resettet? Wahrscheinlich nicht. Sag ja. Wahrscheinlich nicht. Hm. Reflect Damage Dead. Nee. Achso. Oh. Ja. Hat er diese LD-Net-Fives? Hätte ich auch. Was kriege ich? Chroma Cadiz Partair. Also. Weiß ja auch nicht, ne? Hm. Nee. Ich gehe hier auf den Kill. So. Hi. Oblivion zählt bei dem nicht? Achso. Ich dachte, Oblivion zählt bei dem. Aber das ist gar nicht der Fall. Ah. Also der wird cutten da. OP-Net-Five. Ah. Aber. Naja. Was sollte denn mein erstes Ziel sein? Also erstmal hätte ich gerne sie gestrippt. Okay. Das hat schon mal funktioniert. Ich kann die sogar nocken, oder? Nee. Noch nicht. Hm. Egal. Gib mir mal deine Bar. Gut. Naja. Das war ja klar. Boosten wir den ein bisschen. Vielleicht kriegen wir gleich, wenn jetzt alles gut läuft. Auch nochmal ne Sache. Ähm. Guten Quals dann, oder so. Das wär schön. Jetzt. Ist okay, Jisch. Ist okay, Jisch. Okay, Jisch. Ja, Quals. Dann. Jetzt ein Death Break. Nice. Stun. Nice. 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 Naja. Die Frage ist aber, was seien jetzt seine letzten Picks sind. Aber vielleicht hab ich auch ein bisschen zu viel Angst vor Han. Ich weiß nicht, mit 33er, mit 30, 33er? 33er. Weiß ich nicht. Wenn er jetzt mal mit Gianna und so kommt, dann sieht's schwieriger aus. Ah, okay. Fing. Und Goki. Und Goki. Aha. Hm. Ich glaub, ich picke ihn. Ich banne ihn. Er wird wahrscheinlich schneller sein. Mit Han wäre der On... Ich schätze, der wäre schneller, der Han wäre mit Onyoki schneller. Ich hab jetzt nichts Schnelles außer Miles. Ne, das ist das Ding. Aber ich hoffe, ich... Das muss ich, glaub ich, ein bisschen... Ich glaub, dass die Idee... Also, ja, das wär generell meine Idee gewesen. Das Problem ist nur... Ich krieg den Molong nicht schnell genug. Das ist hart. Nervig. Ich sag's, wie's ist. Okay. Wir gehen jetzt hier raus. Mit Molong jetzt. So. So, ihn resetten wir. Gut. Ihn resetten wir auch. Nicht schade. Es wäre schön, wenn... Ne, ich bin Deathbreak. Wenn... Ja, hätte... Ja. Ich hätte gerne den Miles... Wär cool. Proc. Oh, ich kann mach' einfach so. Gehen wir den so raus. Au. Hier nehmen wir mal eben sein... Was auch immer der noch hat. Ja, die drei Monster da. Oliver, Miles, Rakuni. Die machen extrem viel. Vor allem, wenn sie procken. Das ist gerade für mich so das Ausschlaggebendste hier. Oh, nice done. Ja, wenn man was landet, ey. Guckt euch das an. Das ist ne Dream, ey. Guckt dir das an, Junge. Dann läuft der Hase auch mal. Oder, äh... Tessarion. Ist auch ne häufige Antwort auf ihr hier. Aber da würde ich... Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen. Dann baut euch doch lieber ne Herne. Äh... Okay. Zu viel Feuer. Jetzt hätte ich gerne die Cassandra, muss ich sagen. Irgendwie hätte ich jetzt gerade die Cassandra. Hab ich nen Deathbreak? Ne. Ja, dann nehmen wir wieder Molong. Das wirkt jetzt weird. Für ihn wahrscheinlich hat er nen Deathbreak. Ja, hat er... Äh... Nehmen wir Attack, HP, Death. Ne, wir nehmen HP. Ähm... Wirkt weird. Ist gar nicht so weird, Kollege. Ist gar nicht so weird. Aber, naja. Wir schauen mal. Wir versuchen zuerst die Josie wegzuklopfen. Denk ich. Äh... Ja. Versuchen wir. Das ist okay. Solange er ja kein Quals-Nutup bekommt. Gut. Das ist ja die Antwort auf alle. Irgendwie. Ähm... Ich mach den dritten. Doch. Doch, doch, doch. Ich mach den dritten. Ah, warte mal. Hat die... Ja, die hat gestrippt. Perfekt. Warte mal. Machen wir jetzt. Oh. Das ist gut. Wenn man Stun auf Riley. Ne. Äh... Vielleicht hier mit. Schade. Kein Da am Arsch. Aber... Vielleicht hätte das dann... Was gemacht. Ich versuche nochmal ein Stun. Schade. Okay. Kriegt aber nicht alles raus. Irgendwas wird die Glänsen. Ich hoffe auf einen Dot. Aber... Ach so. Kann das gar nicht. Okay. Das macht's... Angenehmer. So. Okay. Malz ist noch nicht ganz ready. Außer er prockt. Okay. Nevermind. Oh. Okay. Ein Prock hätte tatsächlich was gemacht. Nicht nochmal schneller als Riley mit Gianna? Nee, ne? Nur mit ihr leider. Prock? Ach. Oh. Prock, ja. Egal. Hebs mir mal eben auf. Da wird's eh geheilt. Die Stars. Jetzt kommt Gianna dran. Stimmt's? Ja. Er ist aber... Ähm... Noch nicht ganz... Äh... Radi. So. Einer wird killen. Oder er geht wieder auf... Genau. Er geht wieder auf ihn. Das ist aber okay. Können wir uns dann? Leider nicht. Ja. Wir gehen jetzt gleich. Gleich ist es soweit. Gleich gehen wir auf Juno. Auf Juno gehen wir gleich. Ja. Wenn man das mal kurz... Bitte strip. Bitte strip. Strip. Oh, strip. Ja, nee. Dann gehen wir so. Das ist okay. Das ist okay. Ah, shit. Nee, das machen wir noch nicht jetzt. Miles, Miles. Ich brauche Miles jetzt. Gut. Reicht der Schaden? Yep. Reicht. Ah, da bin ich wieder. Es ist gefreezt. Sorry. Wir schauen uns doch mal kurz... ...den Ende des Kampfes zusammen an. Das ist gefreezt. Äh... Ich glaube, ich habe nur gesagt... Ich weiß nicht, wann es gefreezt war, aber es war relativ am Ende, so wie ich es gesehen habe. Äh... Ich habe gewonnen noch, aber ich habe Juno halt noch weggeklatscht. Ich spüre es mir eben vor, dass ihr es nochmal eben seht. Äh... So ist ganz gut zu spielen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mir gefällt es gut. Man hat wenig mit Giyu zu tun, tatsächlich. Oder es kommt erst noch. Ne? Das ist das Ding halt. Also ich spiele ganz gerne so, muss ich ehrlich sagen. Vor allem mit Molong. Ich glaube, Molong ist echt... ...gute Monster hier. Aber kann man halt auch noch variieren. Aber ich finde, Molong ist halt sehr zuversichtlich. Auch mit auf Vamp und so. Ich hätte... Ach, der hat mich geemojied. Okay. Mh... Ja. Doch. Oliver First Pick, Oliver Miles, Raccoonni. In den... Oder Oliver Miles, Raccoonni. Dann gucken. Wenn Shizuka Molong oder so. Äh... Vielleicht auch mal Miles weglassen für... ...Giana, Shizuka oder sowas. Ich glaube, das ist schon ganz gut. Ich finde es aber auch erstaunlich, wie die Tesarions auf die Miles treffen. Das ist schon erstaunlich. Ja, ich glaube, hier ist es jetzt irgendwo gefreezt. Also, ich habe noch gewonnen. Ne? Das hat nicht ganz gereicht. Ich glaube, da ist es jetzt gefreezt, so. Ja, und jetzt mache ich ein Pao. Jetzt kommt gleich Miles dran. Hat er auch schon aufgegeben, so. Zack. Ne, also ihr habt da echt nicht viel verpasst, so. Ja. Gut, ich bin durch. Ich bin dankbar für's Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein. Tschüss.